Das Polieren bei einem Spottrepair, beim Einblenden oder bei einer Ganztellackierung ist der letzte Schritt, um eine optisch homogene Oberfläche zu erhalten. Des Weiteren müssen Lackeinschlüsse mittels einer Schleifmaschine mit einem Schleifpapier kann um 2000, 2000 ausgeschliffen werden und danach poliert werden. Hierbei kommt es zu leichten, ölhaltigen und wachshaltigen Rückständen. Im ersten Anschein ist es eine perfekte Oberfläche, die aber beim nicht wichtigen Rauspolieren wieder sichtbar sein können. Das heißt, es können kleine, matte Stellen hervorgerufen werden. Hierzu nehmen wir das Finish Control Spray, wird einmal kurz aufgesprüht, wieder abgewischt und die ölhaltigen und wachshaltigen Mittel verfliegen, bzw. ich habe dann hier meine Unebenheit, wo ich noch nicht ganz auspoliert habe, wieder sichtbar gemacht. Es kommt zu Kundenreglamationen, wenn der Kunde in die Waschstraße fährt. Nach ein paar Wäschen kommen diese Mattstellen wieder zum Vorschein. Um dies zu verhindern, das Spray aufbrühen, kurz nachpolieren und somit habe ich ein perfektes Lackierergebnis. Spannungsrate Untertitelung des ZDF für funk, 2017